Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so eine Gewindeschraube hier richtig kürzen kannst, ohne dabei das Gewinde hier zu verletzen. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich verwende zum Kürzen jetzt so eine normale Eisensäge. Hat einfach den Vorteil, dass das Ganze nicht irgendwie zu heiß wird, wie wenn du zum Beispiel eine Flex- bzw. einen Winkelschleifer verwendest. Denn wenn diese Gewindeschraube hier zu heiß wird, kann es sein, dass dadurch die Härte darunter leidet und das möchten wir ja bei so einer Schraube auf gar keinen Fall haben. Zuerst einmal solltest du den entsprechenden Gewindegang mit einem Edding anzeichnen, dass du einfach weißt, wo du danach das Ganze auch absägen solltest. Danach spannen wir unsere Schraube mal richtig in den Schraubstock ein. Hierbei ist zu beachten, dass wenn du zum Beispiel den Schraubkopf hier einspannen möchtest, du ein Problem erkennen wirst. Und zwar, das Ganze ist jetzt eigentlich schon recht fest, doch wenn ich hier vorne einmal mit meiner Säge ansetze, dann knickt das Ganze nach unten ab, weil hier einfach zu wenig Fläche in meinem Schraubstock drinnen ist. Weswegen wir das Ganze anders einspannen müssen. Da wir bei unserer Schraube das Ganze hier vorne um circa 2 cm kürzen, können wir dieses Gewinde hier vorne auch in unseren Schraubstock einspannen. Denn du musst wissen, wenn du das Ganze einspannst, dann wird das Gewinde natürlich zerstört. Doch das Stück hier vorne fällt eh weg, weswegen das vollkommen egal ist. Du kannst sehen, hier vorne kann ich Druck drauf geben. Es wackelt nicht hin und her, weil hier hinten einfach mehr Fläche im Schraubstock drinnen ist. Und wichtig noch zu sagen ist, dass der Gewindegang, da wo wir jetzt das Ganze absägen möchten, auf jeden Fall auch nochmal so 2-3 mm vom Schraubstock entfernt sein sollte. Eine zweite Lösung kommt zum Einsatz, wenn du hier vorne bei deiner Schraube vielleicht nur 1-2 Gewindegänge kürzen möchtest. Weil dann kannst du das Ganze natürlich hier nicht vorne einspannen, da wir dasselbe Problem haben, wie wenn wir das Ganze beim Kopf hier vorne einspannen. Aus diesem Grund nehmen wir uns mal noch 2 Muttern zur Hand. Die 2 Muttern habe ich jetzt mal leicht über die Stelle drüber gegeben, wo ich das Ganze kürzen möchte. Dann nehme ich mir noch einen Gabelschlüssel und einfach irgendeine Zange zum Beispiel zur Hand und konter das Ganze gegeneinander. Drücke also es dagegen, dass die 2 Muttern hier wirklich fest vorne drauf sind und dann kann ich das Ganze nämlich bei den Muttern hier einspannen. In meinem Beispiel ist es jetzt etwas blöd mit diesem großen Kopf von der Schraube hier hinten, doch das Ganze vom Prinzip her funktioniert auf jeden Fall. Ich kann mein Gewinde hier vorne bei den 2 Muttern bedenkenlos einspannen, denn das Gewinde wird dadurch nicht zusammengedrückt. Und wenn ich das Ganze jetzt hier vorne um 2 Gewindegänge absägen möchte, dann müsste ich halt das Ganze leicht schief ansetzen und es würde genauso funktionieren. Doch ich zeige dir das Ganze jetzt mal mit der ersten Variante. Ich setze meine Säge bei dem gewünschten Gewindegang an, dann schaue ich erst einmal, dass ich so eine leichte Kerbe reinbekomme, dass es auch schön geht. Und nehme dann meine zweite Hand zur Hilfe, um mit der Säge schön über das ganze Sägeblatt drüber zu sägen. Ich spüre gerade, dass ich jetzt gleich durch das Ganze durch bin. Jetzt mit einer Hand das Ganze hier hinten noch nehmen, dass es dann auch nicht runterfällt und den Rest einfach mit der anderen Hand durchsägen. Wie du erkennen kannst, habe ich hier vorne am Gewinde jetzt noch einen leichten Spahn. Diesen muss ich jetzt jedoch runterbekommen, dass danach eine Mutter auch wirklich schön anpacken kann. Mit der Eisenpfeile das Ganze nun vom Gewinde nach vorne weg entgraten hat einfach den Sinn, dass wenn wir das Richtung Gewinde entgraten würden, also in die andere Richtung, hätten wir das Problem, dass das Gewinde hier vorne noch einmal etwas enger wird. Und dadurch die Mutter natürlich nicht leichter anpackt. Deswegen einfach mal nach vorne weg entgraten und dann schauen wir uns das Ergebnis einmal an. Wie du hoffentlich gut erkennen kannst, haben wir hier vorne kein Grad mehr und nun können wir das Ganze noch mit einer Mutter ausprobieren. Doch zuvor noch der Hinweis, du kannst das Ganze natürlich auch mit einem Schleifbock machen. Damit geht das Ganze um einiges schneller, doch ich muss mir für daheim noch selber einen anschaffen. Du siehst, die Mutter packt bei meiner Gewindeschraube hier vorne ohne große Schwierigkeiten an. Und somit haben wir auch schon unsere Gewindeschraube hier richtig gekürzt, ohne das Gewinde dahinter zu verletzen. So einen Schraubstock hier im Hintergrund kann ich wirklich nur jeden Haushalt ans Herz legen, denn ohne diesen wäre das Kürzen von der Schraube jetzt wirklich nicht so einfach gegangen. Wenn du dir für zu Hause jetzt so einen Schraubstock, eine Eisenpfeile, Eisensäge mit den entsprechenden Sägeblättern oder auch einen Schleifbock zulegen möchtest, dann empfehle ich dir hier für Amazon. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellerin zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen. ... ... ...